Hallo zusammen und willkommen zurück zu Minecraft Doors. Weiter geht's hier in dem kleinen Ding. Ist noch nicht so viel passiert, allerdings im Livestream am Sonntagabend ab 19 Uhr wird hier einiges gebaut. Nämlich wahrscheinlich diese Plattform weiter, damit wir da mal endlich das Haus drauf bauen können. Dann hier oben noch die Fabrik, wahrscheinlich nur so... Mein Wasser geht immer auf und zu rum. Stimmt, wegen den Temperaturveränderungen hier im Keller, egal. Dann vielleicht noch ein paar Brücken dran. Der Heiko macht da gerade hinten was in der Höhle irgendwo. Ich würde ganz gerne heute mal das hier fertigstellen, weil wir haben jetzt genug Hemp und Hempseeds. Beziehungsweise Hanf da hinten, genau. Ist jetzt ordentlich am wachsen, das ganze Feld. Deswegen könnten wir hier rein, theoretisch... Warte, ich hole mal den anderen Rest. Ich hole mal noch das andere Zeug, weil wir könnten... Oh, der ist kaputt gegangen. Theoretisch noch eine Runde... Ja, vielleicht noch ein Windrad bauen für den Anfang. Und das ist ja eigentlich für die Query. Oh, mega lecker. Habt ihr gesehen? Das ist voll krass. Und wir haben, äh, ich glaub, zwei, vier, sechs, neun Leute auf dem Server. Super cool eigentlich. Ich muss aber dazu sagen, äh, die Aufnahme, die ich heute tätige, die ist am... Wie soll ich sagen? Äh, vor 48 Stunden... Ne, weniger eigentlich. Also, vorgestern entstanden, vorgestern Abend. Und zwar mach ich das manchmal, weil, äh, erklär ich euch immer ganz gerne, weil ich dann... Oder weil zum Beispiel heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag, da bin ich absolut nicht am Rechner. Außer abends vielleicht. Äh, ist aber nicht sicher. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme mal lieber die Folge für Freitag noch auf, weil da bin ich morgen zum Beispiel einmal mit Oli Naka Jesus, mit Germ Let's Play und mit Cascraft davor abredet, weil wir ein bisschen was aufnehmen wollen. Das... Was ist das denn? Apple Oak Pollen? Andern Genome? Okay, kein Ding. Äh, weil wir halt ein bisschen was aufbauen wollen, äh, aufnehmen wollen. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme mal was im Voraus auf, damit ich dann nicht nachher da stehe und... Oh nein! Keine Zeit! Und, äh, doch nichts hochgeladen. Und, äh, das will ich halt vermeiden. Oh, der war schwer. So, jetzt machen wir das noch, dann machen wir... Also, die brauchen wir denn davon noch? Ich glaube, für das brauchen wir acht, alles klar. Dann brauchen wir davon ganz, ganz viele, davon noch mehr. Oh. Da brauchen wir einen normalen Stick. Okay, dann nehme ich halt einen normalen Stick, ist auch gut. Ein normaler Stick, genau, da ist Holzkohle drin. Die machen wir mal. Habe ich jetzt gerade mal so gemacht, dass das aufgeteilt wird von dem Raten her. Holzkohle, das können wir mitnehmen. Holz an sich haben wir auch mit. Warte, ich gucke mal ganz kurz rein. Ich hätte ganz gerne Woot. Achte mal drauf, nicht, dass es halbiert wird. Warte mal, Klick, Full-Stack, ich mach mal ganz kurz rechte Maustaste. Ne, jetzt ging's. 18 Stück. Teilweise ist es so, dass dann irgendwie das halbiert wird und die eine Hälfte weg ist. Weiß nicht warum. Keine Ahnung. Aber ist halt so, ne? So, dann machen wir das jetzt dann rum. Dann kommen die, das Fabri... Ne, warte mal, das kommt jetzt hier so rum. Ja, das gibt Fabrik. So, ich mach mal einfach so viele ich kann und dann gucken wir mal, wie viele Blätter wir bauen können. Was hat Blätter? Windräder? Hä? Oh man, der ist denn jetzt so komisch aufgeteilt. Egal. So kriegen wir auf jeden Fall noch 6 Stück hin. Jetzt haben wir 27 Stück am Start. Dann brauchen wir davon noch ein paar. Davon haben wir jetzt 8. Also reicht für 1. 4 Stück pro Segel mal 8 reicht nur für 1. Okay. Dann machen wir den. Super Windmill am Start. Und wir nehmen jetzt noch ganz kurz, ganz kurz zu überlegen. Wir brauchen auch was von dem Mod Immersive Engineering. Also ich freu mich schon auf das Fabrikgebäude. Weil es gibt richtig coole Sachen. Es gibt hier zum Beispiel so ein Conveyor Belt, die droppt. Dann gibt es eine Conveyor Belt, die hochfährt. Dann eine Splitting Conveyor Belt, wo sich das Ganze so aufteilt. Aber wir können richtig so eine Fabrik bauen, wo halt die Erze so rumfahren. Finde ich super cool. Habe ich auch voll Bock drauf. Allerdings bis wir da sind, brauchen wir halt noch ein bisschen. Aber wir haben ja ein paar Tage Zeit. Die nächste Tür öffnet sich erst nächste Woche Freitag. Eigentlich voll schnell schon. Dann gibt es die nächsten Modifikationen, die man mit einbauen kann. Also ich glaube, wir sollten dann mal ein bisschen mehr Gas geben. Ein bisschen mehr Gas. Ich überlege jetzt gerade. Was soll ich überhaupt machen? Ich wollte irgendwas bauen, ne? Ich wollte dieses Rad bauen. Dann, ah ja genau. Stone Brick. Dafür brauche ich Stones. Wunderschöne Stones. Und die Mauer hat sich auch erledigt, wer die abgebaut hat. Alles wieder gut. Alles wieder repariert. Aber vielen, vielen Dank ans Bauteam. Wurde wunderschön hergestellt wieder. Warte mal. Ne, Craftestick, hau ab. Gut, wie mache ich denn hier so ein Geländer? Jetzt beim Ernst. Brauche ich so ein Geländer. Genau das hier. Ah. Zwei Holz, zwei das. Wie viel kann ich denn bauen? Ich mache mal vier. Ja, sind sechs. Warum sind vier denn sechs? Keine Ahnung. Egal. Lassen wir mal ganz kurz. Das nehmen wir mal wieder raus. Jetzt können wir mal folgendes machen. Wir können diese wunderschönen Dinger bauen. Eigentlich würde ich das ja für die Query bauen, aber die Query setzen wir jetzt noch nicht um. Ah genau, warte mal. Eins, zwei, drei. Drei Stück davon. Jetzt brauchen wir noch ein Dynamo-Item-Router. Boah, das wird so cool, wenn wir das bauen. Genau. Ein Wasserrad werde ich auf jeden Fall auch nochmal verwenden. Die haben wir ja aus Sky kennengelernt, aber ich hatte die bis dato noch nicht wirklich hier in so einem Projekt drin. Oh, guckt euch das an. Steel Post. Also wir müssen mal gucken, dass wir automatisch mal ein paar mehr Teile bekommen. Wenn ich hier so die Sachen empfehle, dann werde ich super cool drauf. Da werde ich ja so super cool drauf. Warte mal. Klick. Wie mache ich denn das Zeug? Hard and net. Hard and net Clay am Start. Okay, einfach braten. Clay. Haben wir nur insgesamt sieben. Die braten wir mal hier oben drin, damit das Zeug fertig. Das nehmen wir raus. Sieben Stück geht ja eigentlich relativ fix. Hier haben wir noch einen. Oh, es gibt so coole Sachen. Also es ist auch eine komplett andere Version als in Sky, weil es wurde halt hardcore geupdatet. Zum Beispiel diese Ballons gibt es hier. Die würde ich ganz gerne mal testen, was die können. Was ist das? An Vorhang. Okay. Auch ganz cool. Oh, es piept mein Handy. Hört man das eigentlich, wenn mein Handy piept? Ich hoffe nicht. Ich muss das mal leise machen. Weglegen. Ganz weit weglegen. Dann gehe ich da auch nicht dran. So, was soll ich tun? Ja. Seht ihr? Einmal Handy gepiept. Ah ja, genau. Ich wollte hier so einen. MV Wire Connector. Machen wir mal einen. Nur einen? Mehr können wir aber glaube ich nicht machen. Da fehlt wieder. Doch, wir können wohl eine machen. Sauber. Ich hoffe, jetzt können wir noch Kabel herstellen. Warte mal. MV Cable brauchen wir da noch? Was ist das denn? MV Cable, bitte. Copper Wire. Sind die jetzt anders? Das sieht irgendwie so aus, ne? Copper Wire, Electrum Wire. Oh nein! Es wurde geändert. Ne, jetzt mal im Ernst. Wurde es echt geändert? Immersive In... Ach ne, hier unten. Lol. Oh, Glück gehabt, Alter. Elektrum. Ach. Oh. Oh. Nein. Hammer. Da machen wir nochmal einen fertig hier. Den haben wir jetzt fertig gemacht. Jetzt brauchen wir ein bisschen Eisen hier am Start. Brauchen wir Eisen? Was war das nochmal? Ne, Elektrum auch. Ne, Elektrum habe ich auch so immer hergestellt. Elektrum. Aber ist schon wieder weg. Oder haben wir die Kiste nicht mehr drin? Oh, nein. Ja, Elektrum Ingots. Oh. Ja, ist klar, weil die Kiste so voll überladen ist mit Kram, ne? Ja, okay, warte mal. Wir können hergehen und, äh, Elektrum bauen. Warte mal, wir müssen zuerst... Alter, so komisch. Elektrum Plate. Okay, wir machen jetzt mal eine Elektrum Plate. So, was war das nochmal? Einfach nur ein Stick in den Wetter. Alles gut. Zack. Dann machen wir da mal eine Plate. Acht Stück. Oh, sieben. Und noch einen, bitte. Sagen wir, acht am Start. Zu viel Groot, Zero Bricks oder ähnliches. Na, würde ich gerne helfen. Habe ich aber nicht zu viel. Äh, acht davon. Jetzt brauchen wir nur eine Schere. Schere haben wir auf jeden Fall. Obwohl, wenn wir keine haben, die ist jetzt auch nicht so teuer. Schere haben wir aber, sehr gut. Hä, wo ist die Schere hin? Ah, hier. Schere da rein. Ich freue mich schon, wenn das ME-System dazukommt, ne? Das wird so cool, ey. Das wird so cool. Jetzt brauchen wir Sticks in der Mitte und die acht drumherum. Schon haben wir MV-Kabel, sogar relativ viele. Acht Stück. Das hat, jetzt, warte mal, wir brauchen jetzt noch ein Dynamo. Kinetic Dynamo. Copper, ach du. Heiliger Bim Bam. Das ist ja echt ein bisschen kompliziert worden. Fair kompliziert. Aber kein Problem. Wir haben davon alles. Also wir brauchen jetzt erstmal Kabel. Acht Stück für so ein Ding. Acht Stück. Das heißt, wir müssen davon einiges platt machen. Nein, bitte. Hol mal den Hammer raus. Ah, ne, den Hammer raus. Und so. Hammer draußen. Machen wir mal acht. Nochmal acht. Haben wir 16. Das heißt, ich kann mit zwei von den Dinger bauen. Reicht jetzt erstmal. Dann brauchen wir. Warum tue ich das da rein? Warum nur? Das muss man viel öfter mal in den Taser ein bisschen clearn. Gerade hier ist es total ätzend teilweise. So. Kinetic Dynamo. Jo. Ah, ne, warte mal. Ich brauche noch die Schere und die anderen Kabel, ne? Oh Mann, ey. So. Hä? Warum? Ach so, lol. Da muss die Schere am Start und dann kann ich das machen. 16 Stück. Warte mal, ich mache jetzt nicht nochmal hier Rezept. Ich mache das jetzt einfach so. Und go. 16 Stück. Und jetzt muss das halt in der Mitte und am Rand. Was war da nochmal drin? Ein Eisenbarren. Okay. Ironbarren haben wir auch relativ viele. Finde ich ganz gut eigentlich mittlerweile. In der anderen Kiste. Und fällt gerade ein. Habe ich denn wieder Minecraft Sound? Alter, sag bloß, ich habe schon wieder den Minecraft Sound nicht an. Halbe Folge ohne Minecraft Sound wäre echt ätzend. Finde ich total dumm. Ich habe extra Standard Sound drin. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Ich meine jetzt hier beim Craften. Sorry, nur mal, dass letzte Folge nichts drin war. Naja, alles gut. Wollte schon mal sagen, ey. Weil. Okay, alles gut. Ich habe ein Windows Update gemacht. Der ging mir die ganze Zeit auf den Sack mit unten links. Äh, Neustarten und Updates installieren. So die ganze Zeit. Und, äh, da war aber nie was. Also ich konnte jedes Mal machen. Und dann hat er mich mittendrin beim Aufnehmen gefragt. Soll da mal ein Update machen oder Neustarten? Dann habe ich gesagt, jo, mach mal. Da wurde irgendwie ein komplett neues Update eingespielt bei Windows. Und das hat mal eben alles umgestellt. Super krass eigentlich. Oh, Alter. Das ist ja mal mega cool. Habe ich ja ganz vergessen, dass es das gibt. Engineers Voltmeter. Dann haben wir das. Kinetic Dynamo könnten wir dann bauen. Warte mal. Oh, Generator Block. Oh yeah. Zwei Stück machen wir mal. Obwohl ich nur ein Windrad habe. Und dann bauen wir mal ganz kurz das eine Windrad hier auf. Glaublich ist das jetzt auch, je höher das Windrad ist, desto effektiver ist das. Bei, äh, Sky wurde das Ganze so gemacht, dass, äh, egal auf welcher Höhe es ist, es effektiv ist. Total blöd eigentlich. Viel niedriger geht nicht. Und teilweise haben die sich auch mega schnell bewegt, ne? Hä? Hallo? Normalerweise kann man da hochklettern. Oder kann man da mittlerweile, brauchen wir eine Ausrüstung für. Ne, eigentlich nicht. Ah, jetzt ging. Lol. Warum? Oh mein Gott. Das ist ja mal eine Herausforderung, da hochzukommen. Warum geht der? Alter, guckt euch das. Guckt euch diese verpackte Scheiße an. Jetzt. Auch nicht. Okay, machen wir anders. Äh, old school. Wir bauen uns hoch. Das ist doch mal cool, oder? So, connect da ein Hemmo dran. Und normalerweise, wie gesagt, wollte ich eins mitnehmen für die Query, aber kann ich immer noch machen. Ich hab ja jetzt ein Über. So, vorne kann das Windrad dran. Top. Oh Mann, ey. Warum ist das so? Warum bin ich mir da runtergefallen? Warum bin ich so dumm? Okay, wir müssen das nochmal anders machen. Hä? Komm ich nicht dran, das ist mir zu hoch. Ach ey. Warum denn, warum denn immer so? Oh Mann. Ich war in Angel Ring und so. Das wäre super cool, aber das geht jetzt ab Tür 3. Dann muss ich mir auch einfach was anderes bauen. Okay, bauen wir das nochmal ab. Boom. Dann das vorne dran. Bitte. Warum machst du das? Jetzt mal im Ernst. Könnt ihr mit dem Hammer machen? Na, irgendwie nicht. Warte, wenn ich so guck. Jetzt ging's ja mal sauber. Ausgezeichnet. Da ging ja mal was. Ist das weg? Ah ja genau, ich muss oben noch was draufsetzen, ne? Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dann noch das gute alte Kabel. Wupp. Cool Mann. Kannte mal jemanden, der hieß so. Total wichtig jetzt, ne? So. Der war aber echt cool, Mann. So, dreh dich bitte. Er wollte schon sagen, ich dachte so, hä, zu tief jetzt oder was? Wirklich zu tief? Warum? Ja, ja, und? Hui, hat ja mal geklappt, aber. Birds on a wire. Okay, jetzt können wir von hier aus weitergehen zu unseren Maschinas. Was? Ist das ein MV? L? Oh. LMW meine ich. Das ist ein LW. Voll lame. Dann machen wir das hier dran. Ach, Leute, hab ich noch gar nicht verwunden da hoch. Okay. You cannot. Warum? Ist wahrscheinlich zu weit, ne? Machen wir mal so. Um tausend Ecken sind. Von hier da hoch. Warum denn nicht? Jetzt, aber jetzt mal im Ernst. Warum nicht? Ist das zu steil oder was? Nein. Ich sehe doch kein Mist. So weit weg sieht es jetzt eigentlich auch nicht aus, ne? Aber vielleicht ja doch. Komm, nochmal testen. Kann ich da nicht dran. Warum denn nicht? Richtiger Dummkopf. So weit. Ich will doch nur ein Kabel verbinden. Jetzt lass mich doch. Bitte, bitte. Und dann würde ich ganz gerne mit meinem Voltmeter da drin gehen. Das ist bestimmt super cool. Hä? Oh, schade. Ich dachte, ich könnte da so draufjumpen. Hä? Kann ich aber noch nicht draufjumpen. Aber vielleicht kann ich einfach anderen aufnehmen und draufjumpen. Wow. Das war ehrlich gesagt zu einfach. Na, das meine ich eigentlich. You cannot machen dran da. Okay, warum nicht? Und mach's gut. Boom. Oh mein Gott. Ne, jetzt mal im Ernst. Bin jetzt irgendwie doof, dass das nicht funktioniert. Weiß auch nicht, warum das so ist, aber... Oh, ich bin so froh, dass diese Aqua Creeper weg sind, ne? Die hätten uns alle fertig gemacht. Die sind so krass drauf. Jetzt hab ich mein Kabel verloren. Ey, die schaffen mich noch, ey, die Windräder. Oh, jetzt muss ich da hoch. Weißt du, warte, ich verbinde das einfach nicht. Mir doch egal. Oh, warte mal. Fällt mir gerade mal ein. Normalerweise könnte ich an der Stelle ja mal die Query nochmal laufen lassen. Das ist ja unser Grundstück. Da können wir das Ganze ja machen lassen. Man muss halt nur aufpassen, damit wir die nicht zu krass irgendwo hinbauen. Damit wir nicht zu viel Scheiße abbauen. Also Query verbinden. Ich meine, das Windradar an der Stelle sieht kacke aus. Bleiben wir mal jetzt sachlich. Bleiben wir einfach mal ganz ernst und bei der Sache. Aber trotzdem, es ist halt nicht nur nachts, äh, nicht nur tagsüber da, sondern den ganzen Tag rüber. So. Kein Kabel am Start. Hier glaub ich auch nicht. Doch, ne, da war ein Stein. Ich hätte so gehofft, dass das Kabel hier irgendwo noch ist. Und das ist einfach hier oben drauf. Auch nicht, schade. Okay, warte mal, machen wir mal folgendes. Zack. Wir müssen natürlich einen guten Winkel jetzt runterbekommen. Okay. Hat er wohl nicht gesehen. Wurde gerade hell. So. Dann machen wir das eine hier hin. Bitte, bitte. Jetzt hast du dich gelinkt. Ja, egal. Okay. Äh, ich glaube, die linken wir andermal. Ich mach jetzt erstmal die Query und so hier runter und dann kann die arbeiten. Bis wir dann nächstes Mal aufnehmen. Müsste einige schon drin sein. Ich freu mich drauf und ich hoffe, ihr euch auch. Deswegen würde ich mich freuen, wenn er den Part bewertet. Ganz gerne, ganz nüt. Und mal sehen, was die nächsten Tage so bringen. Ich denke mal, nächste Woche geht's dann richtig ab. Dann wollte ich auch mal mit allen aufnehmen. Äh, und die Plattform da weiter ausbauen. Im Stream auf jeden Fall ein bisschen mehr bauen. Das war dann so langsam unser Haus irgendwann anfangen. Und unsere Maschinen richtig gut setzen. Deswegen, wenn's euch gefallen hat, Bewertung da lassen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.